Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen wie man Hühner bei Atlas zähmen kann. Für das müsst ihr bei den Skillpunkten 3 nach drüben gehen. Das muss man aber beim ersten mal freischalten. Die 3 oberen da, die sind ganz wichtig, dass man die Bolas freischalten kann. Aber die Bolas braucht ihr jetzt noch nicht, die braucht ihr dann für die Papageien. Aber dass man mal zähmen kann, muss man die oberen 3 schon mal freigeschalten. Wo man die Bolas nachher machen kann, das ist so ein Terny oder Tarny oder wie man das ausspricht, ist so ein Kasten, wo man nach unten rechts die Bolas kaufen kann. Ich habe da jetzt schon ein paar im Inventar, aber die brauchen wir wirklich erst dann für die Papageien. Was wir jetzt machen müssen für die Hühner ist, man muss diese Beeren pflanzen, also nicht pflanzen, sondern sammeln. Es ist egal was für Beeren, die brauchen einfach irgendwelche Beeren. Wenn man jetzt genug Beeren hat, ich sage so 20 bis 30 Stück braucht man schon für einen Level 3 Huhn. Wenn man jetzt genug hat, muss man einen Huhn suchen. Und was ich noch vergessen habe zu sagen, man muss die Beeren unten rechts in den letzten Slot legen. Das kennt man ja noch vom Arc Survival. Wenn man jetzt ganz unten hat, kann man einfach immer wieder zum Huhn laufen und Y oder Dreieck oder glaube ich C drücken auf der Tastatur. Und wenn man jetzt das genug gemacht hat, hat man einen Huhn getemmt. Was man jetzt mit einem Huhn machen kann, man kann natürlich, wenn man ein Männchen und ein Weibchen hat, kann man sie wieder paaren und dann hat man immer mehr Hühner. Und was man dann mit den Hühnern machen kann, man kann sie schlachten und dann kann man sie essen. Also das heisst eigentlich, der Essensvorrat ist für immer da. Und ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch ein Huhn-Tamen wollt, dann macht es genau so, wie ich es gemacht habe. So geht es wirklich am schnellsten. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, ein Like würde mich freuen. Und man hört sich im neuen Video wieder. Bye, bye.